So, mal als Factory raus. Als noch ein Buckle. Factory, 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 Factory. Team Chain. Ich krieg's noch ein Pack. Er macht auch ganz schön lang für die 100 GB, die ich ihm jetzt gesagt hab. Du hast ein guter Gordervorf hier. Hä? Ich will jetzt Gordervorf hier spielen. Warum willst du Gordervorf spielen? Vier spielen! 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 Ey, jetzt kannst du vielleicht in zwei Jahren mal spielen, wenn du 18 bist. Das ist super geil, ich spiel. Du hast Gordervorf hier? Ja. Da sind wir. Oder war das das Dreier? Gordervorf hier ist das ja auch der Ersten. Wir wechseln! Dann kriegt das nicht schnell genug. Äh... Ja, also was dann? Dann wär ich ja das dicke Kerl, weil ich kann noch nicht so sein. Dann mach ich die nicht so schnell platt. Äh... Scheiße. Könnt man natürlich auch spielen. Gordervorf! Mach mich heiß! ist und das mehr die sich in der falsche Richtung Oh ja lust, mehr herkommst du ja trotzdem. Genau, ja ja. Oder? Nein. Nein? Nein, nein. Ja, also ich. Also bist du beim ersten Mal nicht wieder. So, mal schauen ob es immer noch ein bisschen schleißig ist als die letzten hundertmal. Corridors? Corridors. Main hall. Nein, guck bitte. Ja lust, vielleicht ja alle. Musstest du schon die Main hall Sache machen oder was? Was? Was ist denn das? Ein Main hall issue. Ja, ich bin raus. Na, du gehst mir jetzt nicht zuelten. Na, du gehst mir noch mal. Na, du gehst mir noch mal. Jetzt bitte! Wie bist du? Explodieren der Raum? Ja, explodieren der Raum. Und dann schau halt das hier oben einleitend machen kann. Ok, mein Name habe ich, und ich bin weg. Da lebt sie wahrscheinlich gleich wirf. Nicht? Ok. Und dann wenn man holt. Was ist denn jetzt? Ach... Was für da er jetzt durch? Ehh, Laser, Schranken! Ich komme nicht heilen! Ja, das, das tut. Ein paar Lamsen jetzt wegschicken. Ok. Oh, so, wie nochmal, ok? Na, Bagger rein! So eine Scheiße, jetzt war die wirklich langsam dran! Ja, das war die Giftsmini. Die Giftsmini, ja. Ja, das Problem ist, ich bin dann zurück und nochmal ein Stück vor. Und dann ist es hoch, ja. Hat das schon wieder gemacht? Jemand tötet den Chef. Ja, das war der Chef selber, er hat einen explizierten Rahmenflift gehabt. Mal wieder. Selber. Jetzt haben sie den Rest, ja. Jetzt haben sie den Rest vom Spiel mit Problemen auf den Amt rausgekommen. Das ist aber immer so, er macht's immer. Es ist immer der Stefan, der das macht. Er hat auch Zeug. Ja. Er kippt sich selbst, ist ganz, ganz gern, ganz dreckig. Und so, hier ist alles, ganz gerecht. Ja, das macht das jetzt. Ja. Komm, komm her! Die Frage, die Frage ist hier! Jetzt ist da auch so ein Auslandgift wie ich mein ZIFIX Was wissen du? Nicht in meinen Einten oder? Ne? Scheiße ich hab's nicht geschafft Wo ist der Wichser hin? Das war alles anders Von Renderer Ich rede mal im Sack Na? Komm mal hier, kann ich Geräusche erzeugen Seht ihr mich jetzt oder nicht? Ne, seht ihr mich nicht? Ach Scheiße, jetzt ist er schon vorbei Ne, der will jetzt hier was? Ach Scheiße, dann kann ich jetzt noch ne Lams näher hin Dann steh ich mich hier rein Ich mache das Ziel hier in aller Ruhe So Oh, es schafft er Ne, es schafft er nicht Na, komm 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 Ich hab jetzt die Kickerweiter für dich! Ich gebe ja auch Was ist? Ja, es ist das Spiel Ich bin im Explosierten überhaupt Müsste noch was machen? Ja Ja, dann lass ich dich Ich werde das hier nie nehmen Warte, er hat deine Giften hier gelegt Oh, ich hab kein Alarms näher mehr Weißt du, du hast einen Alarmsgritz oder wie? Ja Ja Oh, Bummi ist halt einfach keiner Ne, nach links an die Dinger an die Sender Da ja Jetzt kannst du Das dürften sie normalerweise nicht wieder umgehen Ich mach auch Was machst du? Ach Scheiße! Oh, das hatte ich nicht lange gebraucht, das ist ok Samuel Killchef Wie ist das? Wie ist das? Hey, da kommt's auch die Karte Machen wir das easy Wir müssen gar nichts brauchen Du pfarrst so gut Du pfarrst Du pfarrst Du pfarrst Du pfarrst Du pfarrst Du pfarrst Ich will Ich will Shotgun auf der Map Der Shotgun ist doch nicht schlecht, oder? Ich hab die Scheiße in der Map Ganz schlecht Ganz großes Ganz großes Scheiße in der Map Ich hab's noch nicht Ich hab's noch nicht Ich hab's noch nicht Das ist ja